Hallöchen und herzlich Willkommen hier wieder zurück zu Whitelands, mit dabei ist die Kyra! Nya! 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 Und wir sind hier auf Bada schlag mich tot und versuchen hier das Kartell Santa Blancas lehmer zu zerstören, schon seit was weiß ich wieviel Folgen. Hehe. Echt mal, oh hier liegt ein Toter. Oh. Oh, der ist hinter mir, fuck, fuck, fuck. Nein, da war einer hinter dir. Oh. Hier ist ein Sniper hinter mir. Oh, der war auch hinter mir. Oh, was? Ich wurde angeschossen und umgefangen. Ist da noch einer? Ich seh hier keinen. Der kam von draußen. Oh, da sind viele draußen. Oh. Schon scheitern wir, das ist doch wunderschön. So fängt jedes Video immer sehr gut an. Bei uns. Bei uns, ja. Wir sind halt die Pros, aber wir wollen es nicht am Anfang zeigen. Wir wollen erst so zeigen, ja, die können ja eigentlich nix und am Ende sieht man dann, oh, die zerstören halt richtig. Ja. Ja. Das ist unsere, unsere Strategie. Taktik. Ja. Taktik. Und wir sind, Taktik Level, das will ich jetzt nochmal wissen, wie mein Taktik Level grad ist. Schon mal gleich mal. Bin ich wieder niedriger geworden. Ja, bei mir auch. Es ist 15 geblieben. Bei mir wird's auch immer niedriger. Aber das ist nicht gut. Wir müssen taktischer werden, Kiri. Ja, aber wir laufen grad eigentlich nur noch rein, aber. Ja, das dürfen wir echt nicht machen. Wir sind ja, wir sind für uns sehr taktisch. Wir sind viele Rebellen, die könnten ja eigentlich easy befreien. Ja. Hier hinten. Ich weiß nicht, welche. Hier hab ich sie markiert. Was? Äh, lol, da und da. Da sind drei Leute drin. Ich probier jetzt mal was. Die sich noch ein. Daneben. Ja, daneben. So, habt ihr Rebellen befreit? Nice. Hab ihn. Da ist schon da unten. Auf der einen ist da mal schießend rausgerannt. Ich mach, die Rebellen machen grad alles für uns. Tähähähähä, hast du ihn geholt? Sie sind von der Leine gekommen, achso. Ey, die hab ich holt da hinten. So, ja, guck, jetzt haben wir euch gezeigt, wir können auch anders. Was ist hier drin? Ja, wenn wir wollen. Kurzer Lauf, Scharfschützengewehr. Oh, kurzer Lauf, ok. Scharfschützengewehr? Ja. Hm, nice. Frage ist, ist ein kurzer Lauf auf dem Scharfschützengewehr so gut? Ich glaub nicht. Wo machen wir es dann? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ok, nächster Punkt ist, ah schon wieder, ist hier. Siri. Ja, bitte. Ja, dann drive mal. Freunde, steht da in meinem Weg vor. Oh, warte, ich bin schon zu weit. Warte, ist das da, das was ich grad suche, ist das da auch grad unten? Ja, lol. Der Bundesordner ist da auch grad unten. So, da sind ja viele Leute, haben wir ja gesehen. Oh mein Gott, das ist ne Höhle. Hm. Wie geht's denn da hin? Das ist ne Höhle, Kiri. Wie geil ist das denn? Kommt's denn so vor, oder ist es hier schon seit Jahren irgendwie dunkel? Ja. Ist halt ehrlich so. Wie geil ist das denn? Wir gehen jetzt in der Höhle. Wird's denn da rein? Hier? Hier irgendwie. Ja, da ist glaub ich nein. Ja, hier klingt das schon so komisch. Klingt das schon so komisch? Nice. Anyone up for walking through there? You know how long it'd take just for our socks to dry off? It does look refreshing. Okay. Hab's gefunden. Nice. Alter. Warte, jetzt mal leise schwimmen. Rechtsklick. Alter. Das ist geil. Das ist mega geil. Die Frage ist, wie lange kann man so bleiben? Ja, ich seh nirgends von ne Anzeige. Die auch nicht. Warte, doch. Irgendwann kommst du auch drüber schon. Ja, hab ja auch grad gemerkt. Okay, warte. Das ist welche. Wen möchtest du holen? Warte. Warte. Ups. Hast du den Vorderen und den Hinteren? Warte, warte, warte. Warte, warte. Mal kurz was ausprobieren. Jo. Ich hätte schwören können, ich krieg beide auf einmal. Fast. Ja, egal. Was? Okay, ich hab's unterschätzt, wie viele Leute hier sind. Alle. Alle. Beide. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Was ist das? Achso, das ist ne Maria. Wow. Dann machst du erstmal alles kaputt. Also ein bisschen viele Marias, ne? Ja, stimmt. Die haben auch gesagt, dass ihr Svenio sehr gläubig ist. Was ist denn das so neblig hier? Ja, ich glaube hier richtig. Sieht aus wie so eine Bad-Höhle. So, dann haben wir ja gesagt, gehen wir jetzt zu dem anderen Ding. Ja, mal rüber. Yes. Alter, so eine richtige Tropfsteinhöhle ist das hier voll. Oh, es ist hell, es ist hell. Dann gehen wir in eine Höhle rein, ja, und dann wird's hell. Ist es hell, wow. Oh, das war ein geheimes Kokainversteck. Mit Marias. Das ist aber irgendwie immer noch nicht so richtig hell. Ja. Ich seh noch einen Stern, oder ist das ein Flugzeug? Man weiß es nicht. Jedenfalls kein Dreck auf meinem Bildschirm. Nee. Oh, geil, guck mal. Oh. Hab ich den getötet? Gut, dass du so schnell reagiert hast, ey. Irgendwas Bescheid gesagt? Hast du den Mocke? Nee, ich hör keine Mocke. Vielleicht hat das keiner gesehen. Der macht mir irgendeine Party. Das ist einer im Geschütz. Hier ist ne montiert, ja. Hier ist ne montiert, ja. Ah, die machen da echt Party. Ja, richtig viele Leute. Party machen. Ah, das ist was. So, ganz sneaky jetzt. Ah, nice. Was ist du denn da? Hier sind Leute. Da oben ist einer. Hier oben bei mir? Da, den seh ich nicht. Sonst den, den hier. Warte, scheiße, ich kann den nicht anwählen. Ich bin da. Warte, der läuft die ganze Zeit weg, ey. Sind da uns noch eine gewesen? Da ist noch so ein roter Fleck. Ja, fällt mir auch grad auf. Ich geh mal zu dem nach oben, okay? Jo. Ist ne Frau, ich schub sie so weg und schleiche die ganze Zeit so rum. Der singt, ey, der eine. Erstmal schossen. Ich will nicht, dass der singt. Was hat er gesungen? La Santa Blanca? Ja. Ah, mir auch. Santa Blanca Lied. Da oben ist Down. Hier sind auch welche am Wasser da. Oh, hier ist Party. Ich geh doch irgendwo anders hin. Krieg den nicht, ey. Okay. Ist ihm weggebracht? Weil er da hinten gegammelt hat. Also, taktisch ist das geil, was wir grad machen hier. Ja. Was? Na, du ist Fenster voll Assi. Ja. Er wusste von nix. So, Kingsleder Teil. So, dann ist da hinten auch der Orden. Weiß, weiß, weiß. Kann ich mal eben was gucken. Ah, 72. Hat sich erhöht. Auf wie viel? 72. 73. 72. Oh. 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 So, wie sieht's denn bei mir aus? 16. Oh. Oh. Really? Alter, diese fette Party hier. Yo. So, wollen wir mal alle irgendwie abmetzeln? Nein. Irgendwie hier weg, ja. Es spielt gar keine Musik. Na doch, ganz leise. Also, ich hörte dich voll laut. Schubst du mir jemanden ins Wasser? Den hier. Ha, ins Wasser geschubst. Wieder ins Wasser schubst. Wollen wir mal zum Einsatz hier? Ja. Moment. Ich schubs die noch mit dem Bikini da ins Wasser. Geht nicht, die ist standfest. Sitzfest wohl eher. Hehehe. Ich warte unten auf dem... beim was... beim Boot. Komma! Bäh, abgerollt auf Stein. Ach, das sind die Boote, mit denen wir... Oh. Hehehe. Ihr habt nix gesagt. Hab nix gesagt. Ja, ja, ja. Ich hör alles, ja. Er nimmt genau dieses Mini-Boot, weißt du, so drei fette Boote. Und er fällt so ins Kleine. Hi! Hehehe. Ja. Wie... Was hab ich in der Schule gelernt? Weniger ist mehr. Das ist... Gestaltungsregel hier. Das ist... Das ist in der Tat... in dem Fall korrekt. Ja. Gestaltungsregel. Weniger ist mehr. Losaaa.. 21 Was Eagles... Es ist auf einenötником Regler. 1 2 2 movements Quandtence Ist äh'nt- aber auch für das war auch fest er hat die wichtigsten er will halt oder das geht immer das heißt dass sie uns sagt dass man die Fassel angriffen weil ich kann schon nicht mehr deinem einsatz kommando anführer muss musst du bei solchen sachen vertrauen ja habe ich gemacht über die bergsteiger hast deine berg hast dann in der banderschuhe nicht dabei doch ich hab tatsächlich banderschuhe an ich auch stimmt was sollen die wandern versäckten manzen manzen setzen die scheißen auf uns wenn wir sehen damit den manzen setzen weiß es nicht mach das auch zum ersten mal ohne entdeckt zu werden alles klar meine frage ist wie ich da hochkomme ich komme nicht hoch der hat mich schon gesehn sehr gut die bestandbild ach die sollen zu den punkten gehen einfach nur interagieren wahrscheinlich ja Das ist ein Auto mit Alarm. Jetzt kannst du sagen, jetzt hättest du so das Bett aufgeklappt und dann mehr zugeklappt. Habe ich auch getan. Mhm. In der Vase. Im Maria-Bild. Dahinter. Ja. Lol. Geh noch, äh, on. Jo. Ich bediene mich auch mal, dann komm. Lassen wir den Bereich unentdeckt, okay. Gehen aber durch die Eingangstür. Tschüss. Ja, was ist das für ein großer Bereich? Aber die Straße langlaufen. Dann. Hahahaha. Hup, hup. Habe ich den W-Wab gezogen? Nö, gar nichts. Du hast ihn nicht getroffen. Gehen rein. Nein. Nein. Wie sieht das jetzt aus, wenn du deine Waffe rausholst? Kann meine Waffe nicht rausholen. Oh, das ist ja so geil. Ich sitze hier im Schneidersitz hinten. Wenn du eine Tür so aufmachst, weißt du? Mhm. Wird irgendwie cool aussehen. So, dann gehen wir mal hier hin. Ne, warte. Wir müssen ja jetzt... Warte, nee. Wir müssen jetzt da hinten hin. Na gleich. Erstmal hier. Ja. Ich fahre rückwärts. Hahahaha. Alter, wie... Was? Bist du sicher, dass wir da hinfahren? Willst du das hier freiräumen? Ich steig mal aus. Ach nein. Ich lass mich einfach überfahren. Was hab ich? Ja. Upsi. Oh, ich hab nen Zivilist getötet. Ups. Der ist an mir vorbeigefahren. Eiskalt. Boah, du hast voll... den... erst weggerammt. Sani. Sani. Mit deinem Arschloch. Guck mal, ich hab die beste Deckung, Alter. Ich steh einfach auf so ner Mülltonne. Von ner Mülltonne. Denn die haben nix besseres verdient, als von ner Mülltonne abgeschossen zu werden. Tee. Oh man, ich hab gedacht hier gibt's irgendwie nen... Kingslayer-Akte. Ja guck mal, es ist aber gar nicht mehr so lang wach ge... äh... ...nachgeblieben. Wachgeblieben. Ja. La 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 la, hier noch in der Küche bedienen. Was ist das denn da? Wasserkanister oder so? Ich weiß es nicht. So, ich würde mal sagen, warte, was ist das für ein Bereich, wo wir jetzt hin müssen? Lubschrauber. Warte, oder wollen wir uns das hin teleportieren? Ja, ich würde auch Heli sagen. Teleportieren können wir auch. Vielleicht haben wir da Glück und dann haben wir da an der Alpha-Position einen Hubschrauber. Warte, ne, warte, ach, wir müssen dorthin. Hab gedacht, wir müssen in einem anderen Punkt, da oben. Ach ne, ist eine andere Story. Jo, machen wir das. Puh. So. Sehr nice. Nice, I like. Wir haben hier sogar einen Heli. Sehr nice. Und der ist wieder drastet, aber da. Weißt du was, was unsere nächste Mission auf jeden Fall sein wird? Wir fliegen dorthin, wo wir die SASG 12 kriegen. SASG 12. Ja. Die war da jetzt ganz hinten, ne? Ja. Aber ich will da, ich will diese Waffe haben. Ja, da ist auch so ein Nebeneinsatz Aufklärung. Das sieht ganz cool aus mit Fallschirmen. Haha. Na eben. Machen wir das dann. Nach der Mission. Oh yeah. Ja. Ich hab mich voll erschrocken. Aber wir sind, wir sind klar gelandet. Oh, hinter uns sind welche. Fällt dir denn aus denn? Alter, irgendwann hat man schon das Gefühl so raus, dass man einfach durch den, durch die Blätter schon trifft. Oh nein. Kanaden werfen kann ich echt nicht. Ich schon. Hab alle. Ich bin nahe. 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 Alles klar. Wow. Was haben die denn hier für einen geilen Hubschrauber. Die sind hier. Oh, hier sind wirklich viel. Oh, hier ist ein, äh... Ist auch wieder eine Stöße, ne? Oh, dieses Geräusch ist sehr eklig. Das war echt, sorry. So, guck mal. Den Krach... Ich hab den Krachmach immer ausprobiert. Ach so. Ich glaub das waren alle. Oh, da ist jetzt Maria. Maria. Oh, lol. Ähm... Ja. Hier ist eine Maria. Guck mal, hier kannst du gut hoch, glaub ich. Ja, wo ich grad bin. Dann bist du auf dem hohen Gebäude. Moment. Oder geht's auf das? War ja auch ganz gut. Na, Schuh. Na, Schuh. Na, Schuh. Na, Schuh. Ah, Schuh. Ah, es geht alles okay. Siehst du, die beiden da hinten? Kriegst du ja einen von weg? Warte. Okay. Hol dir mal kurz deine Snapper aus. Na. Welchen? Ups. Den, den du möchtest. Da hinten kommt aber auch noch einer. Ich nehme mich die Eins. Okay, nehme ich die Zwei. Und? Jetzt. Au, voll daneben. Nein! Wir haben verkackt. Nice. Ja, dafür haben wir auch grad gezielt. Okay, es hat keiner gemerkt, oder? Nein, alle noch chillig. Sniper down. Fuck, da hat's einer gemerkt. Da flüchtet jemand. Und? Den sollen wir töten. Den sollen wir töten. Ich finde, wir hätten anders reingehen sollen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Wiegt der mit dem Heli? Scheiße. Und ich habe gerade mein... Oh, warte, der kommt zu uns. Der kommt zu uns. Ne, der verpisst sich. Ja, wo geht der hin? Ich erfolge ihn. Pass auf den Heli auf. Oh, da sind zu viel. Okay. Nee, nee. Wer ist down? Ah, cool. Ja. Vorsicht doch, der Zuschauer. Oh Gott. Ihr verflüchtet einfach. Oh, ich bin Stufe 10. Im toten Zustand. Toten Zustand. So geht das. So. So, meine Freunde. Wir haben es jetzt hier auch geschafft. Wir haben versucht, jetzt noch ein bisschen hier rauszukommen. Aber dann... Wir haben uns in der nächsten Folge wahrscheinlich in Richtung... SA Schlag mich dort, wie sie nochmal hieß. Bewegen. Ah, du bist auch gestorben. Ah, Heli. Ah, egal. Komm, wir haben es geschafft. So, wir gehen jetzt in Richtung anderes Ding. Anderes Ding. Um unser... Um unsere Waffe zu kriegen. Und damit würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. Haut rein. Bis denn. Und auf Wiedersehen. Tschüss.